Alter Schwede, mein rechtes Knie ist komplett auf und dann läuft die ganze Zeit Wundflüssigkeit und Eiter runter. Ja, das Riftchen, oh ja. Ja, aber richtig. Ich bin schon teilweise eine Frechheit, der war wirklich so betonhart. In den 2 Jahren und im Fußball hab ich das nicht vermisst. Ja. Weil ich bin schon drauf gekommen und ich hatte keine Nockenschuhe, ich hatte nur Alustolle, ne? Und da hab ich mir extra für das Spiel neue Fußballschuhe gekauft, also günstige natürlich. Ja. Und, äh, ja, und man dachte mir so, zum Glück hab ich nochmal Nockenschuhe gekauft, weil mit Stolle, Alter, meine Schuhe, meine Füße wären kaputt gegangen. Ich wär gar nicht in den Boden richtig reinkommen, wenn die Stolle so hart war der. Ich nehme mal die IQ. Ja, ist so gearbeitet worden, ne? Ja. Es wird jetzt wohl auch mal angezeigt, was das ist. Hm. Was das für ein... Ah, okay. Warum findest du den so gut? Ach so, weil ich hoffe, dass das eine Anspielung auf dem Fußballverein Hannover 96 ist und das ist halt mein Herzensfall, mit dem ich momentan in schwierige Zeiten gehe. Aber egal. Niemals allein. Sorry, ich hab mich verfahren. Können Sie mir sagen, wie ich hier wieder raus wäre? Oh, oh, oh. Hey! Geisel, bleib sitzen. Ich versteck mich in der Geisel. Hör auf! Der tritt mich! Der Murug hat mich gefunden, ey! Ich frag mich, warum die Pistolen hier so eine hohe Reichweite haben und die Gewehre weg? Ja. Ja, Präzision halt, ne? Naja, Pistolen ist das Unpräziseste, was es gibt. Ja, ja, aber... Ja, ja, aber... Mit der Pistole bin ich Thomas irgendwo immer... Wir haben... Oh, ich seh hier ganz schön viel. Oh, ich seh hier ganz schön viel. Oh, Marcel. Was? No. Ich hätte meinen Rand vorbei, so links, rechts. Wow! Hier wird geschossen. Hier ist glaub ich was. Dort wurde geschossen. Oh, ich bin tot einfach. Oh, ich bin tot einfach. Cool. Weißt du von wo? Ja, auch da. Da! Ja, ja. Fuck! Hä? Der war meine Animation noch am rausklettern. Der hatte meine... So wie ich ihn gesehen habe, vielleicht hätte ich gar nicht richtig in die Tüme geguckt. So schlecht. Boah, es ist schrecklich zuzukommen. Oh! Hat jemand einen Kopfschuss verteilt. Ja, ein Teammate. Ich hätte den wäre ja auch abgeknallt, aber okay. Okay. Alpensier die 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 guten abend so hat er gerade in der runde ja errankt casino oder woman oder motorraum hat er denn eigentlich fünf ja ja schön ja 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 hat von oben kann er was kommen Ich versuch sie schnell über mir zuzumachen, komm ich da irgendwie hin? Hat er seine besten schon gesetzt? Nö Ich komm da nicht hin, ne? Scheiße Nächstes Mal alle besten Menschen ... ... ... ... ... ... Und dann... Er fällt schon mal so durch durch. Er hat doch noch besser sein. Ich denke, dass sie bei ihm sind. ich hab mal den fest eingang wo von oben auf von oben auf gemacht also hier wenn man kommt jetzt dass das oben auf dem dach ist was auf dem dach oben und hinten ist das auch ja runter oder was ich meine geisel angeschossen ja ach so doch ich habe auch abgehauen dann könnte ich das beobachtungsfetzer da ruhig schießen ich sehe gar nichts das auch er sieht nicht ach bei der geisel ist einer in so eine wehamsfalle gerannt ja 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 das ist das Problem mit der Kusch dann zu nerbleiben ja und er konnte dann in Ruhe auf ihn ziehen ey naja was war es ja ach was solls ihr müsst euch zermatt nehmen dann nehme ich blitz äh was sollt ihr nehmen ich nehme wen kann ich nehmen ok dann bleib ich am blitz das nicht du bist auf weh ja ich habe es auf ich bin genau ich Ja, wo bin ich dann lang? Ja, komm raus, rechts, dann raus. Ich weiß nicht, wo du deine gelegt hast. Ähm, bei der Geister direkt. Achso, okay. Das ist aber nett. Wir stärken hier, wir stärken noch eine Wand da hinten irgendwo. Wollt ihr uns hier absnacken, ne Pisser? Ja. Ich dachte, wir laufen uns schön dran vorbei. Ja, wir haben uns geblitzt. Okay. Okay. Kacke, danke Marcel, hier sind wir. Danke. Oh. 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 Schlecht von mir. So ein Hittendop ist da. Scheiße, ey. Okay. Aber wo war jetzt der letzte? Nur bei diesen Kameran. Ich glaube der war auch, oder wer ist denn der letzte eigentlich? Okay, Spaß weiß ich nicht. Vielleicht rechts hinter dem kaputt bin ich und hier oben. Also eigentlich. Ich glaube nicht ein Tötser beschießen, ne pass auf. Das war's für die Frage. Ich stehe erstmal den Ausgang her... Was? Den Ausgang her, bevor du rauskommst. Ja, das ist ja der Plan. Ich wollte halt nur gucken, dass die kommen. Das war eine Falle. Nice! Schön gespielt, Marcel. Richtig stark gemacht. Eins mit Sternchen. Schön ruhig. Der dachte wohl, dass du da nicht durch kannst, weil da zu ist. Aber nicht mit Herman, das ist Herman. Herman the German. Hm, was nehme ich denn mal? Okay, ist belegt, ist belegt. Worauf hat der denn die ganze Zeit gewartet, bis ich die Geisel bekomme? Keine Ahnung. Ich denke mir in die Hand gedacht, wir müssen da unten durch. Vielleicht habt ihr nicht gesehen, dass da wo vorne da war. Ey, jetzt hätte ich hier mein scheiß Mutloch gebraucht. ... dass das? ... ... ... ... ... ... die 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 ich weiß nicht nicht ich mag die ganze wand drücken da ist ja diese brauchst du noch irgendwo ne wand pass auf dieses schild wird sie später aufhalten ich höre sie wir haben es schon aufgemacht dass ich mal weg hilfe granaten das ist aber diskant geyser raum ich gehe vor den haupteingang guck hin da guckt jeder hin guckt jemand durch den haupteingang hier kommt was hier kommen die wo ist hier ich wollte selber ja rechts ist wirklich da und der liegt auf dem boden was er wollte schon aufgeholt wird aufgeholt ok scheiss scheissschild ja aber 75 ah ne das war meine schuld tut mir leid ne war durch deine schuld ähm will jemand verarbeiten nehmen ja ich hab ihn gerade aber nehmen wir nehmen wir ja also oh shit man äh sind die Sekunden mega am Lücken bei mir oh man ja ranked ist schon eine andere Hausnummer aber auch trotzdem war das war auch teilweise unnötig wir hätten vielleicht noch die eine Wand dazu machen sollen anstatt irgendwie auf zu das Loch rein zu machen ja nie der Beine ok maschinenraum wollen sie nicht nochmal ich höre sie ich höre sie äh wo bin ich denn gerade vor der Treppe erstes OG vor der Treppe das ist die Küche oder ja Küche tja bin ich einfach drüber ah Hilfe er ist diese komböse also die Kantine ja ja genau doch ja ich könnte blöbermann immer noch so abfeiern ne ah wegen diesem Schmiertopfer gesucht ding ja ich hab's auch so gefeiert ne das hab ich nicht gesehen ey wenn ich mir dachte wenn's Trikots von ihm geben würden ich würd mir ein Trikot kaufen direkt wirklich ich hasse diese Sendung und hat RTL so zorgt für die Wortwahl so nen Arsch gebumst aber vom allerfeinsten ok da hab ich geschossen auf dich ja ich irgendwie ein schlag verzeichnet in der nähe gewisses hier was ist da wurde einer von uns getötet Simon ist schon unten wir müssen eigentlich Simon helfen ja ich bin direkt unten rein dann sollte ich jetzt mal raus ist hier eine Falle ne warte weiter ne unten ist auch keiner nicht die ganze Zeit so geblänt bleiben das hat nicht immer nur Vorteile da zu laufen du hattest noch schieß was ja geblutet ah von hinten von links von links fuck ich lauf oft noch zurück ey das war clever gemacht aber haben wir es nochmal noch ich hab's nicht gecheckt weil hier quasi direkt ineinander standes ich hab's auch zu spät gecheckt ja was war es mit 4-1 ich hab's nicht gecheckt ich hab's nicht gecheckt ich hab's nicht gecheckt ich hab's nicht gecheckt noch mal Wie fühlst du dich hier zusammen, die denn? Ich hab auch noch eins gehört Du hast nur vier Gegner, breite dich schon mal auf den Rush vorn Nachladen vielleicht Ja, nicht wenn die da vorne kommt, dann Ach, Mann Ich sehe einen Show jetzt Ah! Hau sie um! Nice! Na ah Nein! Was ist das? Oh, mit dem letzten Schuss beim Rausgehen Bitte Naja Nein! Ja! Bis zum nächsten Mal.